Heute soll es hier unserer Schmutzfangmatte mal an den Kragen gehen. Die ist natürlich jetzt schon wieder ganz schön dreckig und das geht auch ganz schnell. Die ist frisch gesaugt mit dem alten Staubsauger und sieht nach 3, 4, 5 Mal drüberlaufen wieder ganz genauso aus. Ich habe sie mit dem Hühler jetzt noch gar nie abgesaugt und ich bin echt gespannt, was da... Ich bin sicher, dass da einiges an Dreck ganz tief unten drunter hängt. Die hat auf der Rückseite so eine Gummimatte und ich bin wirklich neugierig, wie das gleich aussieht. Also zugegeben, ich habe mich jetzt ein bisschen gequält dabei, das zu saugen, weil ich ja irgendwie noch gar keine Übung habe. Aber jetzt gucken wir mal im Licht, das sind ja schon mal Welten und man sieht auch schon mal echt krass Welten. So, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie der Wasserbehälter aussieht. So, dann machen wir das gute Stück mal auf. Also ich muss ehrlich sagen, dass es mich gar nicht mal so schockt, weil wir diesen Teppich ja nie wirklich großartig gestaubsaugt haben, außer mit unserem kleinen Lulli-Staubsauger, den ab und zu mal draußen ausgekippt haben. Das ist schon ein echter Hit. Und das war ja nur, ich schwöre, nur diese kleine lila Fläche hier. Das ist ja mega. Ja, okay, ich mache es nochmal, den Test, dass ich den Teppich umdrehe und von der Rückseite sauge, wenn das bei dieser gummierten Fläche überhaupt geht. Und dann mal gucken, ob da noch Sand auf dem Fußboden landet. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt einfach nur umgedreht und jetzt wieder die Rückseite gesaugt. Also, das ist jetzt nicht nur ein bisschen, ne? Das sind Berge. Und das sah doch vorher schon gut aus eigentlich. Ja, scheinbar muss man das dann doch noch ein paar Mal öfter machen. Gott sei Dank haben wir keine kleinen Kinder mehr, die darauf rumkrabbeln. Aber das muss man sich mal vorstellen. Uah! So, ich drehe ihn jetzt. Das ist das dritte Mal um. Das ist immer noch was drin. Aber okay. Das ist jetzt wirklich in Ordnung. Das ist ein bisschen... Damit kann ich nicht... Gott, Gott, Gott. Und ich habe immer so gedacht, ich bräuchte mal irgendwann vielleicht hier doch mal eine neue Matte. Weil die einfach nicht mehr so schön ist. Aber irgendwie sieht es jetzt aus wie neu. Und das ist ja nur so eine poplige Schmutzfangmatte. Ich möchte gar nicht wissen, was hier in den dritten Stufen drin ist. Die kann man ja... Die kann man ja ausklopfen. Die kann man ja nicht ausklopfen. Aber ich glaube, die sind noch nicht so alt. Aber ich möchte nichts beschreiben. Krass. So, eine Sache fehlt jetzt noch. Das Wasser. Ich glaube, das kann man jetzt hier gar nicht so richtig erkennen. Weil es war ja vorher schon schwarz. Vielleicht nehme ich euch mit ins Bad. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in mein Klo rein filme und das dann ins Internet stelle. Ja, aber so ist es. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Das ist so, dass ich hier mitgehe. Boah. Oh Gott. Da ist irgendwie Sand und ich weiß nicht was drin. Und das war alles in der Fußmatte.